Das neue Zeithalter hat ganz klar die Komponente weg vom engen Fokus auf Ware, weg vom engen Fokus auf Regale, Laden und Regalpflege, hin zu mehr Service und vielmehr zu intelligenter Logistik und das heißt, ich muss in der Ausführung Speed of Execution schneller werden, ich muss präziser werden und ich muss vor allem auch flexibler werden. Die Zukunft liegt insofern in China, wenn man die Digitalisierung anschaut, so sieht man sehr schnell, es geht um Skalierbarkeit und Netzwerkeffekte. Da hat China einfach wegen der Masse der Konsumenten einen riesigen Vorteil. Das zweite ist, sie haben eine sehr hohe Speed of Execution, sie sind extrem schnell in der Ausführung, wenn sie mal was wollen. Erstens einmal die Frage, wo bin ich wirklich gut? Und es ist klar, in den meisten Fällen, das sehen wir heute, wenn ich nicht schnell skalieren kann, wenn ich nicht sehr groß bin, dann muss ich in einer Nische etwas können, was die anderen nicht so schnell kopieren können und das ist heute der Service in erster Linie. Also wie kann ich, wenn ich zum Beispiel regional gut bin, noch viel besser in der Region die Kunden bedienen? Wir brauchen eine Kultur des Wandels, wir brauchen die Möglichkeit, dass eben auch Unternehmen, die lange Erfolg waren, mit einer bestimmten Art etwas zu tun, dass die genügend gute Leute haben, die den Wandel umsetzen. Wir haben ja das Thema Fußball häufig gehabt, wir haben gesehen, es geht in erster Linie um Führung. Wie führe ich vor allem Divas, wie führe ich verwöhnte junge Menschen, die einen sehr unterschiedlichen Background haben? Was passiert, wenn ich sehr schnell entscheiden muss und die Entscheidung ein ganzes Spiel beeinflussen können für den weiteren Verlauf? Ich denke, da können wir von Herrn Kolina, er ist ja heute auch in der Ausbildung von Schiedsrichtern tätig, sehr viel lernen. Ich habe sehr stark auf die Servicekomponente geschaut und habe gemerkt, es gibt, ich würde mal sagen, 30 bis 40 Prozent der Händler, die ich besucht habe, wo man spürt, die geben sich markant mehr Mühe. Und da merkt man auch, die wissen, vielleicht ist es die letzte Chance, wenn ich die nicht packe, kommt der nicht mehr. Warum sollen Händler zu unserer Handelstagung kommen? Ganz einfach, erstens einmal ist es mit dem Abstand immer noch die beste Handelstagung. Wir bieten als einziger einen Überblick über alle Handelskategorien. Der zweite Punkt ist, die Leute kommen auch wegen den Leuten, weil es eben auch interessante Leute gibt aus diesen verschiedenen Handelskategorien. Und die Stimmung immer sehr gut ist, weil man konkret etwas über die nächsten Jahre lernen kann. Einerseits strategisch, andererseits auch von sehr vielen Geschichten, die unternehmen passiert sind.